Hey! Wow, Alter, wer hat der... Kasper? Was war denn hier los? Die Deko da runter geschleudert wurde. Guck mal, wie er... Das war nix, Kev! Wie ich einfach mal hier stehen bleibe, um die Teile heranzuknattern. Aber, oh, jetzt gehen wir schnell über Gas. Jetzt, Kev, jetzt beginnt langsam die Klasse zu zählen. Und die Klasse, ja, die kommt von mir. Ha! Und dann bin ich durch. Was ist das? Ja, das ist nämlich die Klasse, das ist die Mount Chilean-Klasse. Check, 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 check... B Lyla! Ah da sind jetzt die Scheißautos! Wir sind knapp oben drauf, den will ich haben! Ey, den Z-Type! Lass mal den Z-Type nehmen! Z-Type... Näin! Z-Type, okay. Der ist doch den, äh... Nein, den ersten JB700! Ne, den, Cookic Classic Cookic Classic ist gut. Cookic Classic! Cookic Classic! Drei, zwei, zwei... Gli 모mit 1 Bomsoises parachute 가장. Herzlich Willkommen, wir zocken wie der GTA 5 Custom-Air-Brennen mit dabei ist heute der liebe Dena, Hallöchen. Hallo mein Lieben, Junges. Und der Katz. Hallo mein Lieben. Und der Ziegenpraktikant Diko. Pui. Muchachos. Auf geht's. Ich glaube wir haben kein GTA genommen, oder? Doch. GTA-Rennen, fucking Mount Chaos, wir dürfen es ja sagen. Das ist ein GTA-Rennen, mein Lieber. Oh yeah. Und wir spielen ein Mount Chili da drin und zwar mit Klassiker-Autos, ja. Das heißt, wir haben die Kokette hier ausgewählt. Und wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch, denn das ist die erste Folge mit Dena im LOL. Im neuen Jahr, Alter. Wo ist Neues? Alter, mit den Kokettes, das wird richtig schwer hier hochzufahren. Waffen, freigegeben. Ich wusste. Bamf. Ich wusste, das war klar. Ich bin auch extra weggeblieben. Nee. Wow, Alter, wer hat der... Was war denn hier los? Die Deko da runtergeschleudert wurde. Guck mal, wie er... Das war nix, Käff. Wie ich einfach mal hier stehen bleibe, um die Teile heranzuknattern. Aber... Oh, jetzt gehen wir schnell über Gas. Jetzt... Jetzt... Beginnt langsam die Klasse zu zählen. Und die Klasse... Ja, die kommt von mir. Ha! Und dann bin ich durch. Ist das... Ja, das ist nämlich die Klasse. Das ist die Mount Chiliad-Klasse. Ich muss bekommen doch, hab ich. Auch mit den Klassikern baller ich hier hoch. Das ist ganz klar. Jetzt ist der Sena, der hat richtig Boden gut gemacht. Ja, easy sag ich euch. Die Muscle Cars haben viel viel Power hinten dran. Damit kann man gar nicht umgehen. Doch, damit kann man nur umgehen, wenn man es kann. Leul, ich bin am Wegpunkt vorbei. Und da ist jetzt der Punkt, Leute. Oh, ich... For real. Hey, und irgendwer hat mein Reifen zerschossen. Das ist das Problem. Was ist mein Reifen denn zerschossen? Wer würde sowas tun? Hey, komm schon. Auf dem Mount Chiliad ohne Reifen. Das ist wie... Maken total cool. Den hat Schluss da vorne rum. Der hat's einfach... Das ist der Mount Chiliad. Der ist er ja schon. Hallo Daniel. Hallo. Geben sie Gas. In der Luft noch respawn. Wieso geht das hier hin? Wie komm ich denn dahin? Aber... Das schöne Auto geht kaputt. Wo? 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 Oh nein! Gebutt, geh bitte! Ja! Was warst du das denn? Nein! Der hat vom Ziel kaputt gegangen! Er geht nach vorne, von den Punkten. Er kommt einfach nicht voran! Nein, 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 ich will mich drin! Oh! Lass dich mal da hin! Ohohohohoh. Boah, 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 Boah! Boah, 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 Boah... Boah, 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 Boah. Boah, Boah. Die Muscle Cars, die haben gar keine Power. Das sind keine Muscle Cars, das sind Klassiker. Stopp nicht weiter. Rapabossa fährt schon mal nach vorne. Oh nein, jetzt dre ich mich wieder. Bitte in Ziel rein, bitte in Ziel rein. Es ist nicht wahr, direkt vorm Ziel. Was? Ihr seid schon am Ziel? Nein, nein, vorm Punkt meine ich nur. Ihr seid bei mir, ich bin der Einzige vorne. Nein, nein, nicht genug Pass. Was haben sie getan? Rapabossa, ey. Nein, es wird explodieren. Wo muss ich hin? Alter, wir müssen den ganzen Berg runter. Es ist kein Problem für den Meister. Wie geiler. Ja, Cap, du würdest explodieren. Ich glaube nicht, wenn du jetzt überlebst. Alter, Cap, explodiert nicht bei sowas. What the fuck? Alter, ich bin aber auch noch nicht explodiert. Oh Gott, man könnte schaffen, man könnte schaffen. Nein, man schafft es nicht. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, Cap. Ich habe es geschafft. Wie, Cap ist es beim ersten Mal, Schock? Und ich mache es hier fünf Mal. Und ich bin Zweiter. Ja, Alter, es ist richtig krass. Ich glaube, das war ein Spieler. Nein. Ach, ey. Ich kämpfe. Armer Dena, armer Dena. Ich kämpfe mich da hoch. Und ich bin da links vom Punkt da unten auf der Straße. Und ich komme und explodiere. Dena, aber das musste sein. Ich kämpfe mich mit allem, was ich habe. Mit der Kokett kämpfe ich mich da hoch. Und ich finde das Auto übrigens mega geil. Sieht auch verdammt gut aus. Und dann so war es. Es ist cool, dass wir die genommen haben. Und da müssen wir Dena verdanken. Denn er ist auf die Kokette Idee gekommen, diesen Kokett Classic zu nehmen. Koketti. Oh, da ist das Ziel, Jung. Was? Geil, ein Gelände da rein. Was, da ist schon das Ziel? Das Ziel, das ist schnell. Ich bin jetzt erst nicht angekommen, ne? Ja. Wie da ist das Ziel? Ey, Marvin hat ja auf jeden Fall eine Falle deponiert. Das sehe ich doch. Hallo? Ey. So wie du siehst, das Ziel, da ist gar nichts. Und wir induzieren. Was, da ist sogar das Ziel? Lolololol. Er hat mich einfach nur getrollt. Es wird auf jeden Fall eine Map, die ich nicht beenden werde. Was, wo ist denn? Wo ist denn, liebe Kiff? Nein! Hier, wo ist kommt es hier? Nein, ich hätte es noch als Leute reingeschafft. Oh, so knapp. Weiter ist noch wirklich knapp. Als zweiter geht es noch rein, Dena. So knapp. Das war wirklich schade. Ey, das war aber echt eine lustige Map. Die war echt cool, ey. Toll, das ist so. Richtig, ich bin jetzt hoch hinaus, Alter. Ein richtiger Speeder, Alter. Mach den, Deko, komm. Über die Motorhaube. Oh, traut er sich. Gehen und gehen, Ziel. Ah! Es wird nichts hinter. Da war ja noch eine knappe Geschichte. Putz. Nicht schlecht. Und damit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Map in einer Sekunde. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, ihr nehmt, die zweite Map ist am Start. Wieder eine schöne Funbox. Parcours-Elemente, Pipapo. Aber diesmal nur mit 36%. Das heißt, es wird anspruchsvoll. Richtig gut. Oh, okay. Level Asian typischerweise. Level Asian. Level Asian, auf geht's. Dafür auch mit dem T20. Ich glaube, man schafft eine Level Asian Map überhaupt mit einer Kokette. Ich würde es mal probieren. Koketten, ich glaube nicht. Koketten, ich wäre dabei. Also, ich würde es machen. Dena, lass mich raten. Koketten, die ja mal auftumen. Mein Lieblingskartoffelprodukt sind Kroketten. Ich mag Koketten wirklich gerne. Und Deko, du wirst rumgeschleudert. Ja. Dann schleier euch, ich fahre euch vorbei. Alter, was wird das? Mann! Euer Angst. Ihr wappt mich einfach hier weg. Was? Was? Wie kann man da hoch? Wow. Wie kann man da hoch? Alter! Hat die sich, Dena, geschafft, Bitches? Wie? Wie? Hat Deko es? Ja, einfach hochgefahren. Er sagt einfach nur. Ja! Gar kein Ding für den King, Leute. Gar ein Problem. Du musst nur bremsen, weil Dena einmal am Start war. Was? Was stimmt, wenn man langsam hochfährt, dann geht es? Und jetzt, Dena, jetzt der Tod ist dir auf den Stiefel. Der nächste kommt hier. Tja, erster Platz, nee, doch nicht. No, no! Ah, ah. Holy moly, was war du? Halt, der ist das. Oh nein, ich bin voll schnick aufgefahren. Ey, ich komm noch nicht rauf. Okay, machen wir ohne schießen? Lol. Ja, ist ja Level 11 weiter hier. Ich schieße natürlich ohne. Deko hat selbst auch gegangen. Ich dachte, da hat Dena so dein Haftbäumchen gezündet. Ey, lass mich doch! Ey, du gönnst mir auch gar nichts. Ich hab's nicht sagen. Wir sagen lassen. Ich geh in dem extra. Nein, nein, nein. Ich bin am Punkt vorbeigeflogen. Ich auch, nein. Ich bin am Punkt vorbeigeflogen. Ich glaub das nicht. Marvin ist wieder da. Marvin ist wirklich wieder da. Das gibt's doch nicht. Wie könnte ich? Kev rechts drüber und nicht links drüber. Das ist ja nicht wahr. Nein, nein, nein. Bleiben Sie da auch. Nein! Oh, fuck. Es will einfach nicht werden. Aber das ist... Nein, 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 nein. Oh. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist gerade so nicht. Nein, nein. Oh, shit. Los, komm, ich will den Punkt um. Jetzt hat Pedro kommt. Alter, Marvin, die Letzten werden die Ersten sein. Das ist Asian-Metal. Der hat es, man. Rasiert mir mein Wort. Da oben richtig rum aufkommen. Ach, komm. Ich komm da oben einfach nicht richtig drauf mehr. Da geht's lang. Shit. So, wir fahren jetzt gerade auf. Sophie, Sophie, ich bin jetzt nicht nötig. Konzentrieren. Der ist ja schon wieder hier. Ja, klar bin ich da. Wow, Vorsicht. Entschuldigung. Wow, ich bin da hinten. Mann, sagt mir doch, wo der Punkt ist. Was ist denn das für ein Scheißpunkt? Ich will dich ja vorbeilassen, aber ich kann nicht. Soll der Deko muss auch wenden? Oh, Leute, wie sollen wir hier beide wenden? Oh, hier hinten kannst du wenden. Was? Warte, ich habe mich gedreht. Fahr du dich vor. Kommst du vorbei? Nee, ich versuch's. Okay, nice. Nein, jetzt geht es. Hat Diener den Punkt? Nein, ich spring gerade vorbei. Nein, ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht. Ja, da bin ich auch. Deko, wie ärgerlich. Da bin ich auch dran vorbeigesprungen. Oh, please. Wir sind in Zeit gegen Diener. Ich bin auch jetzt da. Ich bin auch jetzt da. Hinter Diener. Alter, wie weit seid ihr denn schon? Ey. Okay, Diener, I'm incoming. Ja, ja. Ich bin ja tot. Incoming. Das ist die Rampe. Okay, ab geht's. Oh, Mann. Wo soll man denn landen? Im Pool oder was? Nein. Nein, 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 nein. Hä, wo soll man denn landen? Bist du im Pool oder wie? Auf dem Haus? Auf dem Haus. Auf dem Haus, ja. Leute. Und jetzt. Habe ich es geschafft? Ja, geschafft. Oh, nice. Marvin zieht da hinten schon wieder durch vom Feinsten. Oh, Deko ist auch nicht. Nein, ich habe es nicht hinbekommen. Oh, ehrlich. Direkt am Anfang, Alter. Ich muss mich auch nicht. Mach dir keinen Kopf, Deko. Das ist hier. Das wird hier noch. Und, haben wir es? Ich glaube, es sieht gut aus. Was wird das denn jetzt hier? Ja, es sah gut aus. Oh, Knaller. Knaller. Was zur Hölle ist das hier? So, jetzt geht es weiter. Es geht weiter, Leute. Es wird weiterhin episch. Ich freue mich richtig. Was ist das denn hier? Ah, ich weiß schon, was das jetzt hier wird. Alter. Von denen liest du denn hier in den Raum, fährst du denn nicht einfach? Weil ich weiß, dass ich nur so dich überholen kann. Und ich habe schon gedrückt, dass ich wieder das Neues spawn. Oh, shit. Das ist auch perfekt. Und jetzt überhole ich dich. So habe ich hier überholen. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn mit euch? Was? Oh, ich habe den Puck nicht gekriegt. Es war so close. Hat das den irgendjemand bekommen? Nein. Warte, ich glaube, man braucht wieder Windschatten. Ach, please. Ne, richtig hüsey. Ihr kriegt gar nichts. Ich habe Windschatten von Dena. Nein. Ich kriege den Puck nicht. Ich hole die Windschatten aus. Ich hab dich hochgeboostet, das glaub ich ja nicht. Aber du hast ihn auch bekommen, oder? Und Papa ist erster. Oh, ich hab ihn! Nein! Die Runde 2 ist eingeläutet! Ding, 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 ding! Nein! Jetzt mit Vorsicht, mit Vorsicht Walten lassen, es ist Asian! Aber wieso hat die so wenig Prozente? Die ist doch Oberaffen geil! Oh, jetzt hat sie easy geklappt! Easy, weasy! Die hat doch mehr Prozent, ganz ehrlich! Ja, die ist mega cool, ja, find ich auch! Puh! Der Torpedo! Ey! Wer hat den da? Ey, warum? Marvin, schießen verboten! Ich dachte, das ist ne Asian-Map hier! Ich dachte das! Ist ne Asian-Map! Marvin schießt einfach, der Trottel! Ja, was war das? Ach so, ich hab das... Das dritte Gebot gebracht! Oh, leu! Lol, es ist so close gewesen! Aber, wir haben noch, glaub ich, nen kleinen Ticken Vorsprung, aber echt nicht viel! RETA! 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 Schieb mich, schieb mich, schieb mich! Alter, die sind alle da, die sind alle da! Du musst mich schieben! Du musst mich schieben! Die carry'n dich! Dankeschön! So! Wir halten zusammen gegen Kev, verstanden! Hä, wieso? Das ist ne Asian-Map, da gibt's keine Teams! Doch! Ja, wahr, sagst du! Hier gibt es Team, Team ich gewinne! Oh, Scheiße! Ist das mies, Alter! Da verbünden sie sich, aber... Daddy ist ein Tickstrick weiter, ey! Daddy, oh, Alter! Komm schon, flieg in den Punkt! Nein! Da ist das groß! Der ist ja gut, Alter, wir müssen Erster werden! Das neue Jahr... Das neue Jahr muss gut beginnen, Freunde! Das muss gut beginnen, einfach! Alter, ich bin voll etsam! Erste Folge im neuen Jahr entscheidet, wie das gesamte Jahr GTA aussehen wird! Ja! Also... Boah! Jetzt liegt dein Auto im Weg! Alter, wird's so langsam! Gib Gas! Okay, jetzt kommt Scheiße! Jetzt wird's... Ey, jetzt liegt echt mein Auto im Weg! Und? Jetzt gehen wir gar nicht! Ja, dein Auto liegt so scheiße im Weg, dass ich es nicht geschafft habe! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Komm schon! Lol, ich hab... Ich hab den Punkt nicht gekriegt! Ich hab den Punkt nicht gekriegt, obwohl ich MagSpeed hatte! Lol! Jetzt! Dran vorbei! Deko! Das glaub ich nicht! Finally! Nein! Was? Was? Hast du den auch nicht gekriegt? Ey, es ist einfach gekriegt! Ey, meine Mutter aber hat ganz knapp dran gekratzt, ey! So, Popper kommt jetzt! Und er hat den Sieg! Nein! Oh, Mann! Kev! Verziehen Sie nicht! Du kriegst mein Wingspeed! Alter! Ich musste richtig zusehen! Nein! Und? Ich hab's! Nein! Du hast nur Windschatten! Nein, ich hab keinen Windschatten! Ich hab wirklich nicht! 100%ig hast du nur Windschatten! Ich hatte keinen Windschatten! Klar! Ja! Ich häng hier, wo das hackt! Oh, explodiert ist! Oh, mal Bossa! Es ist... Das Jahr ist entschieden! Es ist... Ey, ich komm nicht ran! Yes! Hopper kommt jetzt! Nice! Deko, meine Taktik war nicht langsam! Du musst minimal Speed von oben beim Fallen mit runternehmen! Alter, wenn ich jetzt... Dann war's leichter! Neeein! Alter, dass ich Jahr will tun sollen! Nein! Oh, fuck! Nein! Nein! Nicht dein Ernst! Ey! Oh, Bosti, jetzt den Glückwunsch! Aber Deko schafft's nicht mehr! Nenn mal was! Er ist Nummer 2! Oh, nein! Und ich häng bei dieser Kack-Stelle hier! Du hast zwei geschafft! Wirklich! Bei dieser Kack-Kack-Stelle häng ich! Und komme nicht! Ja! Ich hab alles gleich gemacht und auf einmal bin ich sogar über den Punkt gesprungen jetzt! Ja, klar! Alles gleich, Deko! Wheelie drückt dann direkt... Ach, die war sowas! Bleib hängen! Bleib hängen! Ja! Mann, 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 Mann! Deko, so fängt's für dich an dieses Jahr! Aua! Traurig! Ich bin traurig! Wie sexy! Wie? Das war ziemlich cool schon sogar, ne? Ja, das war's! Das heißt, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, die erste GTA-Folge mit Dena im neuen Jahr, dann smash das Däumlein da oben, zeigt guten Vorsatz! Außerdem checkt alle Kanäle aus unten, alle in der Beschreibung und dann sehen wir uns morgen wieder mit den Jungs in drei Tagen wieder mit Dena! Bleibt geil und macht's gut! Bis dann! Ciao, ciao! 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 Und bis in drei Tagen und dann sieht's anders aus! Jawoll! Und dann schauen, wenn euch die K村 ir mate. drehtARR genut und nein k sucks. Okay, glock upright. Vielen Dank.